Leute von heute, was geht's? Star Wars Battle 2 kehrt zurück mit dem August-Update, das morgen erscheint. Mega-Update, die ganzen Infos werde ich natürlich hier auf diesen Kanal bringen, was ich nicht schon gemacht habe eigentlich. Aber nochmal, die Community-Transmission, alles was dazugehört, werdet ihr natürlich auch hier erfahren. Ein großes Danke geht natürlich an River Films, der es hier hochgeladen hat und natürlich für euch online gestellt hat. Ich habe es hier natürlich genommen. Der Link zu seinem Kanal ist in der Videobeschreibung und könnt ihr natürlich bei ihm abchecken, das Originalvideo sehen. In diesem Video soll es aber um die Druiden-Skins gehen, die jetzt endlich enthüllt worden sind. Die kommen auch morgen. Die Preise sind aber noch nicht draußen. Das Ganze ist natürlich für jeden kaufbar, spielbar ab morgen. Die Uhrzeiten müssten eigentlich so sein wie die letzten Updates. Ich glaube 9, 10 und 11 Uhr. Also 9 Uhr auf PC, 10 Uhr auf PS4 und 11 Uhr auf Xbox. Natürlich Leute, vorausgesetzt ab 9 Uhr. Das heißt nicht, dass es um 9 Uhr kommt, sondern ab 9 Uhr. Es könnte auch 9.59 Uhr kommen. Oder wenn man es ganz genau nehmen will, könnte es auch um 11 Uhr kommen, weil ab 9 Uhr ist alles, was nach 9 Uhr kommt, klar. Und hier sehen wir die drei Skins, die jetzt rauskommen für die Druiden. Nämlich einmal Pilot, Jungle und Training. Man könnte natürlich auch Pilot sagen, wie ihr es gerne haben wollt. Und wie gesagt, die Preise sind noch nicht draußen. Ich gehe davon aus, dass vielleicht so um die 20.000 Pilot kosten wird, 20.000 Jungle und 40.000 Training. Und ja, ich muss mal gucken. Also Training ist hier natürlich auf selten. Die anderen sind auf ganz gewöhnlich. Also die könnten auch 10.000 oder 5.000. Ich weiß jetzt genau nicht die Preise jetzt mehr aus dem Kopf. Aber ich denke mal selten war um die 40.000, wenn mich nicht alles täuscht. Oder um die 60.000. Ich bin mir gerade unsicher. Aber auf jeden Fall, diese Skins sind dann morgen am Start. Und ja, was ist denn euer Lieblingsskin? Habt ihr da vielleicht einen Lieblingsskin, was ihr hier gerne auch dann morgen ausrüsten wollt? Oder sagt ihr, die Skins gefallen mir gar nicht? Habt ihr auch so eine Rangliste? Erster Platz für mich wäre zum Beispiel Training. Dann würde Jungle kommen und dann Pilot. Geonose ist natürlich der Standard-Skin, soviel ich weiß. Ansonsten, ja, war es das, Leute. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Wir sehen uns morgen zum Update und bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.